Der Preisalarm des Tages. Der Preisalarm des Tages. Und das ist ein Design-Turm-Keramik-Heizlüfter. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie ein cooler, stilistischer Lautsprecher. Man sieht es ihm erstmal nicht an, finde ich. Sieht echt cool aus. Und wenn man ihn dann einmal umdreht, das zeige ich Ihnen auch mal, dann entpuppt sich tatsächlich, dass es ein Heizlüfter ist eben. Und ich mag die Bedienung. Was ich mag, er ist blitzschnell. Er erwärmt er kleine Räume, gerade WCs oder auch mal so ein Partyraum oder vielleicht auch ein Bad. Ich habe den vor meinem Bett stehen, weil ich steige morgens ungerne aus, wenn es fröstlich kalt ist und ich schlafe mir Fenster auf. Kennst du, ne, Diana? Das ist eine gute Idee. Genau. Ja, bei mir steht das im Badezimmer zum Beispiel. Weil ich denke, jeder friert immer nach dem Wasser, nach der Dusche. Und das ist sehr angenehm, weil du kommst raus und das ist so warm. Knackig warm. Und in dieser Zeit, im Winter, wir frieren immer. Und ich denke, das ist so wichtig, unser Immunsystem stark zu haben, ja. Und wir müssen nicht fehlen. Deshalb haben wir dieses Gerät. Das sieht sehr schick aus, sehr modern. Das ist Design-Heizlüfter, ja. Deshalb, wir können das mit uns mitnehmen. Ja, zum Beispiel in Küche, zum Beispiel in Gästezimmer, Badzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Zum Beispiel im Sommer auf der Balkonie oder der Terrasse, ja auch. Kann man auch als Lüfter nehmen. Das ist auch noch so ein Punkt. Das ist echt cool. Ich finde, für diese Preise, ich bitte dich. Wir müssen drei, vier Stück kaufen. Ja, das können Sie auch. Aber da müssen Sie schnell sein, weil jetzt haben wir das Gerät für Sie unter 27 Euro. Wir zeigen Ihnen mal, was Sie sparen und gehen zusammen auf Pearl.de. Schauen Sie mal, knapp 39 Euro kostet es auf Pearl.de. Und es kommt von 80 Euro auf UPP. Also wir sparen jetzt richtig, wenn wir da tatsächlich einkaufen. Das ist ein Design-Stück von Carlo Milano. Also sieht top aus. Er wärmt blitzschnell. Und ich mag auch noch hinten die Bedienung. Man hat hier so einen Schieberegler, um dieses Gebläse eben hochzudrehen, wie man es mag. Dann hat man hier eine Wärmestufe und noch eine Wärmestufe. Man kann es also richtig knackig warm machen. Und zwar im Nu. Und dann gucken Sie mal, von vorne sieht man es Ihnen nicht an. Ein kompakt, schön, so ein Turm-Design. Also es könnte ein Lautsprecher sein. Und ganz ehrlich, ich habe ihn vor meinem Bett stehen und weil ich schlafe mit dem Fenster offen. Ich husche immer ans Fenster, mache das zu, springe wieder ins Bett, habe meinen Heißlüfter angestellt. Keramik-Element ist auch ganz wichtig. Also es riecht nicht komisch und so. Und dann mache ich den zwei Minuten an und dann springe ich aus meinem Bettchen und mache ich weiß, ach, jetzt ist es nicht mehr so kalt und dann geht es einem auch gut. Und dann kann man entspannt in den Tag starten. Sie haben vielleicht auch so eine Fröstl, eine Dame zu Hause, das heißt die Tochter, vielleicht die Mama oder auch die Frau. Und Sie mögen es vielleicht nicht so warm. Nehmen Sie das Gerät, das kann man zielgerecht so aufstellen, wo man es mag. Genau da auf die Beinchen oder auf die Füße und dann sind die Frauen wieder gewärmt. Das ist ein kleiner Geheimtet. Gute Laune, also gute warme Füßchen, gute Laune. Also das ist wirklich fantastisch. Natürlich haben wir einen Umkippschutz und auch einen Überhitzungsschutz. Aber dieses Keramik-Element, das ist wirklich toll, wie schnell das warm wird. Unter 27 Euro für Sie, nur 26 Euro und 95 Cent. Ich gebe Ihnen eben mal die Bestellnummer dazu, dass die NX 67, 37, 569 greifen Sie dazu. Es ist endlich auch hier mit dem Thermostat konstante Wärme und schnelle Wärme. Da, wo Sie es möchten, blitzschnell. Und dann wird auch nicht gejammert, mir ist kalt, mach die Heizung hoch. Stellen Sie das Gerät hin und dann ist Ruhe im Karton, sag ich mal. Sieht gut aus. Das ist sehr, sehr günstig heute, nur für Sie im Preisalarm des Tages. Also seien Sie da schnell, geben Sie Ihrer Herzdame ein bisschen Wärme um die Füße oder da, wo Sie es eben gerne mag. Oder wenn Sie selber eine Frostbeule sind, dann lohnt es sich jetzt, weil es wird auch länger kalt bleiben. Das habe ich gelesen mehrmals und auch für diese Übergangszeit. Und dann werden diese Geräte ausverkauft sein. Also wenn Sie jetzt heute zugreifen, ist es günstig und Sie haben diese Wärme schon mal für sich gebunkert, falls es dann wieder länger kalt wird und die Heizung ist ausgeschaltet. Also schnell sein. Viel Spaß.